Mattel Spiele präsentiert UNO Xtreme, das neue UNO, das zurückschlägt. UNO Xtreme bietet noch mehr Spannung und Tempo dank des elektronischen Kartenwerfers. Gewonnen hat, wer als erster seine Karten losgeworden ist. Das klassische UNO-Spiel bleibt unverändert. Zahl auf Zahl und Farbe auf Farbe. Doch wird die Xtreme-Sonderkarte ausgespielt, muss man drücken. Hat man Glück, passiert nichts. Doch wehe, der Automat spuckt acht Karten aus. Damit kann das Spiel ganz schnell eine neue Wendung annehmen. Praktisch auch für unterwegs, denn alle Karten lassen sich im Gerät verstauen. UNO Xtreme, Spiel mit... Von Mattel Spiele